Ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Comacon-Podcast. Ihr wisst ja, jede Woche unterhalte ich mich mit Leuten aus der Kreativszene, mit Leuten, die selber kreativ sind, die kreative Ideen haben und auf ihrem Weg auch mal vielleicht eine kreative Lösung finden mussten, um an das Ziel zu kommen, was sie sich selber gesteckt haben. Mein Name ist Tim Lindenau und ich freue mich, heute mit Benno Lehmann sprechen zu können. Hallo, Benno. Hallo. Benno, eine Sache, die können wir ja schon mal vorwegnehmen, das wird den Leuten ja auch auffallen. Deine Stimme wirkt sehr klar und sehr gut artikuliert. Jetzt muss ich mich ja anstrengen, dass ich dem gerecht werde. Das hat aber einen Grund, weil die Stimme ist dein Hauptwerkzeug, weil du bist nicht nur Puppenspieler, du bist Moderator, du bist Comedian, Schauspieler, aber auch Synchronsprecher. Und könntest du mir jetzt mal so aufzeigen, so in Prozent, was bist du so am meisten für dich selber, wie definierst du das? Ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf meine Lebensphase an. Also jetzt momentan, würde ich sagen, überwiegt das Synchronsprechen schon. Aber es gibt auch Lebensphasen, wo ich mehr Puppenspiel mache oder als Theaterschauspieler arbeite. Es kommt immer darauf an, wie die Auftragslage ist und wie ich gerade Bock drauf habe. Aber würdest du auch von dir selber sagen, wenn hier auf dem Sheet, was ich ja bei jedem von unseren Gästen immer auch vor mir zu liegen habe, da steht jetzt zum Beispiel auch Comedian. Würdest du sagen, es gibt Phasen in deinem Leben, da bist du Comedian? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass in meiner Arbeit immer ein bisschen Comedy mit drin ist. Also ich versuche immer prozentual das Witzige, das Lustige immer mit reinzubauen in meiner Arbeit. Ja, also mal ist es mehr, also wenn ich mit meiner Puppe arbeite, ist es schon so, dass da die Comedy eher überwiegt und ich eher mehr Augenmerk drauf lege. Aber wenn ich als Theaterschauspieler arbeite, dann habe ich auch manchmal ganz ernsthafte Rollen, wo das Komödiantische aber auch total wichtig ist und immer noch dabei sein muss. Über ein Projekt von dir, nämlich das Benno's Project, werden wir später auch nochmal reden. Da ist, glaube ich, ein komödiantisches Gehen sehr wichtig. Und du bringst es da immer mal wieder ein, was das genau ist. Falls du es noch nicht kennst, hör dir gleich später mehr dazu. Aber Benno, ganz am Anfang, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Ich will dich ein bisschen kennenlernen. Wie war dein Weg vom Kind hin zu diesem kreativen Tausendsasser, der du bist? Wolltest du schon immer fünf Berufe auf einmal haben? Nee, aber ich glaube, also wenn ich jetzt so zurückdenke an meine Jugend und meine Kindheit, gab es schon so ein paar Dinge, die ich immer gerne gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel immer gerne Hörspiele aufgenommen oder ich habe tatsächlich auch mit Puppen gespielt. Ich habe mich gerne verkleidet. Und irgendeiner hat mal gesagt, dass das, was du als Kind gerne machst, dass das später sich sehr wahrscheinlich widerspiegelt in deinem Beruf oder jedenfalls in deinen Hobbys. Und die Sachen, die ich als Kind gerne gemacht habe, die mache ich eigentlich auch immer noch sehr gerne. Also so kam das eigentlich, dass ich dann jetzt, also zum Beispiel jetzt diese Synchronsachen, die ich mache, haben sich damals da schon abgebildet dadurch. Du bist irgendwann größer geworden, bist irgendwann Teenager geworden, wie viele von uns. Unumgängliches Entwicklungsstadium. Du hast die Schule abgeschlossen. Ja, also ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe immer gerne schon Theater gespielt und war auch, bevor ich dann später an die Schauspielschule kam, war ich auch immer an Theatern unterwegs, seien es jetzt kleinere Sachen, die von der Schule aus waren oder am Friedrichstadtpalast habe ich zum Beispiel sehr lange gespielt. Und da muss ich auch sagen, habe ich, glaube ich, den meisten Einfluss bekommen auf meine spätere Arbeit. Wie meinst du das? Naja, also du hast da als Kind schon Sprechunterricht bekommen, Schauspiel, Tanzen und ein Gefühl für Kunst und Bühnenkunst. So, und das hat sich da, glaube ich, sehr stark bei mir entwickelt dadurch. Jetzt bist du dann aber auch zur legendären Ernst-Busch-Schule für Schauspiel nach Berlin. Da bist du angenommen worden. Vielleicht habt ihr die Folge mit Sebastian Achilles gehört. Wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne mal zurückspulen in eurem Podcatcher und euch das nochmal anhören. Der wollte sich dann nämlich bewerben und hat es gar nicht geschafft. Und das ist ja gar kein Einzelfall. Wie war denn das bei dir? Hat das sofort geklappt oder brauchst du da mehr? Das hat auch nicht sofort geklappt. Also ich habe auch mich erstmal breit gefächert beworben, so an vielen Schulen. Und es ist wirklich nicht leicht. Also selbst wenn jemand, weiß ich nicht, total viel Talent hat, kann es sein, dass er an dem Tag das nicht zeigen kann. Oder es halt sehr viele andere Leute gibt, die entweder eine andere Haarfarbe haben zum Beispiel. Und dadurch, weil es wird auch immer bei der Aufnahme, das wissen viele nicht, wird auch darauf geachtet, dass bestimmte Typen aufgenommen werden. Und wenn es dann nur 20 Leute sind, die aufgenommen werden können und es gibt halt schon zwei Blonde, dann kann es schwierig sein, dass du denn, wenn du, sag ich mal, vom Talent her, vom ersten Blick her gleich auf bist mit den anderen, dass du dann auch aufgenommen wirst. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es sehr überlaufen ist, sehr viele wollen das machen. Und ich hatte tatsächlich eine Zusage in Leipzig für Schauspiel. Und ich hatte zeitgleich, aber jemand hatte mir gesagt an der Ernst Busch, kannst du Puppenspielkunst studieren? Schau dir das mal an, hast du da Bock drauf, das zu machen? Und ich dachte erst so, das ist so Kasperle-Theater, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin nicht so großer Fan vom Kindertheater, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also selbst als Spieler jetzt, meine ich. Und habe gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und er hat gesagt, nee, guck dir das an. Das ist nicht nur Kindertheater, das ist auch nicht nur Kasperle. Da wird viel gemacht, das ist nicht nur Puppen hochhalten. So, das geht auch weiter, auch philosophisch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Vorführung, die ich da gesehen habe, hat mich tatsächlich ziemlich beeindruckt. Also ich weiß noch, das war eine Kerze, die sich in einen Eiswürfel verliebt. Und der Eiswürfel schmilzt an der Kerze, als er sie küssen will. Und ich weiß nicht, das klingt jetzt so banal, aber es war halt Objekttheater. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist eigentlich die Form von Theater, die mich reizt, also die mich zusätzlich noch reizt zum Schauspiel. Und da habe ich mich dann entschlossen, da hinzugehen. Und da bin ich dann sofort angenommen worden und habe dann Puppenspielkunst studiert statt Schauspiel. Das war auch mein erster Gedanke und das ist ja auch das, worauf ich hinaus wollte, dass es am Ende ja nicht das klassische Schauspielstudium geworden ist, die klassische Schauspielausbildung. Ich hätte aber auch am Anfang auch gedacht, dass das so ein bisschen mehr Kasperle und so ein bisschen maximal, also Champions League sind ja wahrscheinlich die Muppets oder die Sesamstraße. Ja, es ist natürlich auch der Name Puppenspiel. Da denkst du natürlich nur erstmal an. Das Erste, was die Leute auch denken, sind halt Muppets oder die Augsburger Puppenkiste und so. Aber dass es so viel mehr ist, also du hast da Pantomime-Unterricht, Maskenspiel, du lernst, wie kannst du eine Maske wirklich lebendig machen, du hast Tanz, Fechten, Reiten, Schauspielunterricht bei ganz tollen Dozenten. Und das ist einfach wirklich, also ich kann dieses Studium wirklich nur jedem empfehlen, wenigstens sich das mal anzuschauen und nicht gleich da so drüber zu denken, wie ich am Anfang. Und ja, genau. Auch eine gern gestellte Frage an dieser Stelle, was haben denn deine Eltern gesagt? Hattest du gesagt, ich werde jetzt Puppenspieler, ich werde jetzt ein Master of Puppets? Die waren eigentlich sehr offen, also die fanden das ganz cool, dass ich das mache, vor allem, weil es das war, was ich schon immer machen wollte. Also jetzt nicht direkt Puppenspiel, aber Theater und haben das immer unterstützt. Die sind gar nicht aus dem Berufsfeld, also meine Mutter Sekretärin, mein Vater Zimmermann und fanden das total schön und haben sich immer gefreut, wenn ich zum Beispiel beim Theater Freude hatte am Spielen. Die ganze Ausbildung hat vier Jahre gedauert, ne? Richtig, ja. Und dann warst du quasi ausgebildeter Puppenspieler, was nimmt man denn daraus mit? Hattest du dir denn aus deiner Zeit schon eine Puppe selber kreiert, die dann vor dann dein Begleiter war oder deine Begleiterin? Wie geht man aus sowas dann raus? Ja, also man hat ja zwei Jahre Grundstudium und dann hat man zwei Jahre, die so ein bisschen freier sind, wo du auch an die Theater gehst. In der Zeit war ich zum Beispiel am Berliner Ensemble dann und es gab einen Regiestudenten, der hat gesagt, hey, wir machen gerade ein Stück von Harold Pinter, The Birthday Party und da gibt es einen alten Mann am Ende und wir sind ja hier an der Ernst Busch, hier gibt es nur junge Studenten, wir können erstmal keinen älteren Schauspieler bezahlen, könntest du eine Puppe entwerfen, die einen alten Mann darstellt. Und dann habe ich in der Zeit Hermann entwickelt, zusammen mit einer Dozentin und auch sehr lange an der Stimme gearbeitet, wie der dann letztendlich spricht und habe mich sehr viel mit der Figur auseinandergesetzt und diese Figur habe ich aus dem Studium dann mit rausgenommen und zwar deshalb, weil sie sehr gut funktioniert hat auf der Bühne. Also sie war wirklich, wir haben zum Beispiel sehr, sehr viel Mühe für die Augen verwandt, die gucken nicht einfach nur geradeaus, sondern die haben so eine leichte Schrägstellung, dass du das Gefühl hast, die Puppe schaut dich auch an, wenn du ein bisschen weiter seitlich von der Puppe stehst und dadurch wirkt die Puppe sehr lebendig. Auch das Klappmaul ist sehr diffizil gemacht, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist auf jeden Fall sehr... Ja, doch, wird das nochmal. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, ich denke mir, eine Puppe ist so ganz einfach, die setzt du auf deinen Schoß, schiebst deine Faust rein, bis es nicht mehr geht und dann war es das auch schon. Na gut, dann kann ich das ja mit dem Klappmaul mal ganz kurz anschneiden. Also man denkt ja immer, also so ist es ja auch normalerweise, dass du so... Man kann es jetzt nicht sehen, ich mache es jetzt gerade vor. Ich mache gerade so eine Hand, wie wenn man so eine... Wie wenn man seine Hand in so eine Socke steckt und den Kindern dann erklärt, warum Zähneputzen wichtig ist. Richtig, genau, so mache ich gerade meine Hand. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass oben die Finger ein bisschen gewölbt sind. So, dass da so eine kleine Wölbung drin ist. Und dadurch bewirkt man, dass man nicht so schnapp, schnapp, auf und zu macht, sondern dass nur der Daumen hoch und runter geht. Und dadurch bleiben die Augen gerade und die Puppe ist viel natürlicher. So, und das sind so kleine Details, die natürlich in der Masse die Puppe sehr lebendig machen können. Und Hermann hat es ja dann auch noch über diesen Auftrag hinaus geschafft. Also du bist ja mit Hermann immer noch unterwegs. Ja, ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Auftritt auf einem Schiff mit Hermann. Also er wird immer noch sehr viel gebucht. Was unterhältst du dich dann mit Hermann? Also es gibt so zwei Varianten, die ich mache. Einmal gibt es diese Aufführung, die ich auf einer Bühne mache mit ihm. Aber besser gefällt mir auch. Und ich glaube, so wirkt er auch besser, wenn er einfach ein, ich sag mal, ungebetener Gast auf irgendeiner Party ist und mit den Leuten als Walking Act spricht. Also Walking Act heißt, er läuft wirklich rum und improvisiert mit den Leuten. Und das funktioniert tatsächlich am besten, weil es dann auch so, ja, es ist ja nicht so gekünstelt. Also er ist dann einfach da, so wie ein Mensch, mit dem man sich unterhält. Gibt es nicht da auch irgendwie extreme Erwartungen auch an dich? Weil natürlich den Leuten, die das buchen, ist schon klar, du bist die Puppe, ja, Hermann spricht durch dich. Hast du manchmal so ein Gefühl, wenn es solche Abende gibt, für die du dann gebucht wurdest, oh Mann, was ist denn, wenn das heute einfach auch nicht lustig wird? Ja, habe ich schon. Es kann auch manchmal passieren, dass es nicht so lustig wird. Es kommt halt auch immer darauf an, was für Leute da sind, was die für einen Humor haben. Und es gab durchaus schon Fälle, wo ich dachte, es ist ja schon ein bisschen zäh gerade, ob das jetzt noch ein lustiger Abend wird. Aber die Kunst ist dann auch manchmal einfach, dem nicht so nachzugeben. Also wenn jetzt große Erwartungen sind, einfach mal dann zum Beispiel gar nichts zu machen. Das ist dann, damit erbrichst du ja auch wieder eine Erwartung. Also wenn man denkt, oh, es kommt eine Puppe, es kommt eine Riesenshow. Und wenn er sich einfach nur hinsetzt und total natürlich seine Mütze absetzt und irgendwie in die Gegend starrt oder so, ist das dann manchmal viel magischer, als wenn man dann mit ihm irgendwie, keine Ahnung, versucht zu jonglieren oder irgendwas. Aber könnte er das? Nein. Auch nicht. Ja gut, da ist er natürlich in seinem Handeln so ein bisschen limitiert. Jetzt, also die, mit Hermann bist du, bist du weiter noch so gesehen auf Tour. Man kann dich, man kann ihn buchen. Und das wird in der Regel dann eher ein lustiger Abend, wie ich das so rausgehört habe. Vielleicht nochmal so einen kleinen Inside-Look, weil Puppenspieler, also ich, ganz ehrlich, glaube, ich rede, habe noch nie mit einem Puppenspieler geredet und frage mich dann aber, inwieweit baust du eine Beziehung zu dieser Puppe auf? Also das heißt, kommt er denn in die Kiste und dann am Wochenende, nächstes Wochenende, wiederholst du den dann wieder raus? Oder zu Hause setzt du den dann auf den Stuhl und gehst mit ihm dann vielleicht nochmal diesen Auftritt durch und sagst, naja, so. Den Spruch hättest du jetzt vielleicht klemmen können. Achso, du meinst, dass ich dann mit ihm auch so privat mich unterhalte? Ja, vermenschlichst du die Person oder die Puppe oder ist es für dich ganz klar, den ziehe ich mir jetzt an und habe da auch ein Stück weit mein Repertoire? Ja, also ich ziehe den schon eher an, aber es ist schon so, dass der eine Menschlichkeit hat. Also der hat schon eine eigene Persönlichkeit. Sobald er auf meiner Hand ist, lebt der total. Also dann könnte ich zum Beispiel auch gar nicht mir die Texte vorher ausdenken, die kommen mir dann wirklich erst, wenn er auf meiner Hand sitzt und lebt. Aber wenn er zum Beispiel bei mir zu Hause, ich sag mal, der ist ja nicht so, dass er jetzt so in der Ecke liegt, sondern den tue ich dann schon an einen schönen Ort. Da ist es jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie ihm gute Nacht sage, bevor ich schlafen gehe oder so. Machst du heute das Frühstück, Hermann? Na klar. So ist das ja nicht. Was? Noch eine Frage dazu, damit ich mir das noch ein bisschen mal so vorstellen kann, weil ich das noch nicht gesehen habe. Was ist der Hermann für ein Typ? Wie hast du ihn konzipiert? Also das ist schon eher... Und was war dir wichtig dabei, als du darüber nachgedacht hast, den zu konzipieren, im Leben so einzubuchen? Also ich habe ihn ja, nachdem ich ihn konzipiert habe, wusste ich noch nicht genau, was er für eine Persönlichkeit hat. Er ist dann sehr schnoddrig geworden tatsächlich. Ich glaube auch deshalb, weil ich das auch ein bisschen mag, dass man damit spielt, dass Puppenspiel nicht immer süß ist und schön, sondern da ist halt einfach einer, der ist mal mies gelaunt und auch vielleicht manchmal ein bisschen politisch unkorrekt oder so. Also das Ding ist ja, man hat ja mit so einer Puppe auch immer einen Abstand, weil es ist eine Kunstfigur. Das, was ich mit ihm sage, heißt nicht, dass ich der Meinung bin, sondern das ist dann auf jeden Fall die Abbildung. Und da gibt es immer eine Trennung. Das ist ja eigentlich, wenn du als Schauspieler auf der Bühne bist, bist du ja auch getrennt zu deiner persönlichen Meinung. Und das ist immer bei Hermann auch so. Also kann es passieren, dass in bestimmten Situationen er zum Beispiel, ja auch, ich will jetzt nicht sagen rassistisch reagiert, aber es könnte auch durchaus passieren. Und damit ist er dann aber eine, damit bildet er dann eine bestimmte Figur ab. Also ist dann nicht sozusagen meine Meinung. Fängst du ihn dann aber auch im Gespräch wieder ein? Also dass du dann sagst, Hermann. Ja genau, das ist dann so, dass ich dann auch schon kommentiere und sage, also das geht jetzt gar nicht oder so. Aber es kommt immer darauf an, aber vielleicht zu dem Vermenschlichen nochmal. Es gibt durchaus Fälle, wo auch wie mit der Kerze und dem Eiswürfel, man anfängt eine Verbindung zu einem Objekt aufzubauen. Also ich würde euch gerne mal bitten, also ihr Zuhörer, dass ihr mal, wenn ihr zu Hause seid, das mal probiert. Also stellt euch mal vor, euer Fenster ist die ganze Zeit in freudiger Erwartung geöffnet zu werden. Es ist wirklich, es ist die ganze Zeit zu und wurde so lange nicht geöffnet. Und wenn du gedanklich eine Beziehung zu Objekten herstellst, kannst du tatsächlich ein Gefühl entwickeln, jetzt nicht direkt wie zu einem Menschen, aber du kannst es vermenschlichen, so durch Gedanken. Also wir haben das gemacht im Studium, dass wir halt versucht haben, Objekte wie Menschen zu behandeln oder den Gefühle zum Beispiel, dass man die heiße Kaffeetasse, der das vielleicht wehtut oder irgendwie sowas. Und wenn man solche Gedanken mal zulässt, ist ganz interessant. Da geht viel vor. Fast schon praktischstes Beispiel ist auch die Toilette. Wie meinst du das? Naja, die stirbt auch, wenn man sie nicht füttert. Achso, ja, richtig. Zum Beispiel, ne? Ja. Genau. Jetzt ist es so, 2006 hast du dann aber ohne Puppe quasi Auftritte gehabt, hast bei GZSZ mitgespielt. Ein paar Die Hard-Fans mögen sich da auch vielleicht dran erinnern. Was ist denn so in deinem Kopf, als du irgendwie gehört hast, das kann ich jetzt machen, ich kann jetzt GZSZ machen. Ist das für dich auch als Schauspieler so ein Scheideweg gewesen? Boah, okay, Soap, also mache ich jetzt wegen der Kohle? Oder ey, finde ich eigentlich grundsätzlich cool, finde ich super? Oder war es auch Überwindung? Ich muss ganz ehrlich sagen, das mit der Soap war wirklich ein Riesenzufall. Also wenn ich die Geschichte erzähle, ist es eigentlich fast unglaubwürdig. Also ich habe in der S-Bahn, auf der Alex-Linie, habe ich Romeo und Julia als Balkonszene gespielt, um mir während der Schule ein bisschen Taschengeld zu verdienen, mit einem grünen Umhang. Also ich habe, sobald die Türen zu gingen, habe ich gesagt, doch still, was schimmert durch das Fenster dort, bla bla bla. Und da war wirklich rein zufällig eine Casterin von Kamerad aus Babelsberg wahrscheinlich, war da drin und hat gesagt, hey, irgendwie bist du ein interessanter Typ, willst du nicht mal kommen nach Babelsberg? Und dann hatte ich irgendwie gedacht, es ist jetzt irgendwie so ein krasser Zufall, dass ich das jetzt wahrnehme. Also auch wenn ich natürlich erstmal in meinen fast festgefahrenen als Theaterschauspieler gesagt habe, so nee, Soap ist blöd, habe ich gedacht, so nee, das mache ich mal. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Ich fand es auch eine Herausforderung, weil ich auch genau weiß, dass diese Arbeitsbedingungen schwierig sind, weil die machen nicht mehrere Takes. Die machen meistens ein Take oder zwei Take und dann nehmen sie das schon. Deswegen ist auch die Qualität nicht immer so gut. Es liegt nicht immer nur an den Spielern, sondern auch an der Art, wie es gemacht ist und natürlich an den Dialogen, die ich ganz oft, aber auch oft im deutschen Fernsehen unterirdisch finde. Und ja, das fand ich einfach eine mega Herausforderung zu der Zeit und habe es deshalb wahrgenommen. Und das Geld war natürlich auch sehr gut. Würdest du das heute nochmal machen? Also wenn sie sagen würden, komm nochmal vorbei? Hm, das ist schwierig. Vielleicht, ja. Also es hat mir auch irgendwo Spaß gemacht. Es kommt ein bisschen darauf an, was es dann für eine Rolle ist. Also wenn es jetzt nur irgendwas ganz Profanes ist und die Serie auch, das muss man immer abwägen. Aber ich würde nicht generell nein sagen. Also ich stelle mir das als ein fürchterliches Korsett vor, gerade in einer Soap zu spielen. Wie du sagst, die Produktionsbedingungen sind dicht an dicht. Man hat nicht viel Zeit. Und das ist irgendwo ja ein 9-to-5-Job am Ende des Tages. Wo würdest du sagen, gibt es da vielleicht eine kleine Oase, um sich da noch kreativ auszuleben? Weil ich kann mir schwer vorstellen, dass man sagt, pass auf hier, das ist Benno. Du bist jetzt da und du sagst, ey, weißt du, was dieser Szene jetzt mal richtig fehlen würde? Genau, eine Handpuppe. Und dann würden die wahrscheinlich irgendwie bis morgen sich totlachen. Weißt du, sondern du hast jetzt hier noch genau drei Minuten, um auf dein Klebchen zu steigen. Und dann spielst du mir die Szene runter. Weißt du, worauf ich hinaus will? Dass es dann so eine Art technische Arbeit wird? Genau, also wo ist es dann noch kreativ, als Schauspieler sich da vielleicht auch ein bisschen einen Freiraum zu schaffen? Ich muss aber dazu sagen, dass ich das auch beim Theater erlebt habe. Also ich habe ja jetzt das Glück gehabt, an vielen Theatern zu spielen. Und da ging es mir auch oft so, dass ich gesagt habe, so richtig kreativ kann ich mich nicht wirklich entfalten. Also es gab zwar die Fälle, aber ich hatte auch sehr oft das Gefühl, dass irgendein älterer Regisseur seine Ideen durchbringen möchte und ich dem wie eine Marinette folgen muss so ein bisschen. Ich weiß auch, dass es nicht immer so am Theater ist, aber ich hatte halt diese Fälle auch am Theater gespürt. Und genau das, was du gerade meintest, was man vielleicht bei einer Serie empfindet, gibt es auch dort. Deswegen kommt es immer aufs Projekt an. Also ich würde das nie über einen Kamm scheren. Und jetzt stelle ich mir aber so ein ähnliches Korsett beim Synchronsprechen vor. Kleiner witziger Funfact. Ich selbst war letzte Woche im Synchronstudio, durfte mir da einen Traum erfüllen und selber dort tätig werden. Und ich fand das unfassbar aufregend. Also ich finde dieser Beruf des Synchronsprechers oder Sprecherinnen extrem, wie soll man sagen, ich empfinde das als eine große Ehre. Ja, bei Filmen, Serien, da schauen so viele Leute. Und ich finde, die deutsche Synchronarbeit ist schon eine sehr, sehr, sehr gute, wenn nicht vielleicht sogar die beste der Welt. Das sehe ich aus meiner Draufsicht. Jetzt merke ich aber auch, dass viele Leute sich immer wieder darüber beschweren, dass Synchron nicht geil ist. Also obwohl hier extrem gute Arbeit geleistet wird, auch im internationalen Vergleich, ist es irgendwie nicht gut genug und es hapert irgendwo. Kannst du diesen Kritikpunkt nachvollziehen? Ja, also ich verstehe, warum dieser Kritikpunkt da ist, weil es gibt durchaus Synchronisationen, die nicht gut sind. Und die fallen natürlich auch extrem auf. So, wenn eine Synchronisation gut ist, fällt das erstmal nicht so auf. Vielleicht, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt. Also, ich meine, ich finde zum Beispiel persönlich die Simpsons wahnsinnig gut synchronisiert und etwas, ja, fast, also nicht langweilig, aber sie gefallen mir im Original nicht so. Aber es ist auch, man muss es auch trennen, weil es ist manchmal auch eine Gewöhnungssache so. Ich finde auch Robert De Niro zum Beispiel mit seiner von Christian Brückner gesprochenen Stimme ziemlich gut und im Original nicht so spannend. So, aber wie gesagt, es ist auch immer eine Gewöhnung. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber richtig komplett nachvollziehen kann ich es nicht, weil die deutsche Synchronisation, die sind so dermaßen auf dem Punkt und gut in den meisten Fällen und wie du schon sagst, wirklich, also weltweit mit die Besten. Also würde ich total unterschreiben, was du da sagst. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit zu, sag ich mal, der Arbeit an so einem Soap-Set. Du hast nicht viele Versuche, damit du irgendwas reinsprechen kannst. Du brauchst so zwei, drei, ein dritter Take, aber normalerweise sollte das schon echt gut funktionieren. Jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus wolltest. Du meintest nicht, dass man da nicht so ganz kreativ sein eigenes Ding machen kann. Ja, ja, stimmt. Da gebe ich dir total recht. Das hat man beim Synchron tatsächlich, weil man ist mehr ausführend oder man versucht ja mehr, das umzusetzen, was der Schauspieler im Original gemacht hat, versucht man im Deutschen dann umzusetzen. Das ist nicht so ganz kreativ, wie wenn ich ein Hörspiel einspreche, wo ich ganz alleine entscheiden kann, in welchem Timing ich spreche und so. Das stimmt schon, ja. Deswegen würde ich jetzt auch zum Beispiel die Arbeit des Synchronsprechers alleine für mich nicht als komplett befriedigend empfinden. Weil, also da sitzt ja dann eine Regisseurin oder ein Regisseur, die ja eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie du gewisse Dinge zu sagen hast. Auch nicht immer. Nein? Erzähl mal. Wie ist also die Bandbreite an Leuten, mit denen du da arbeitest? Also durchweg erstmal sehr positiv. Die sind sehr angenehm. Es gibt manchmal natürlich Fälle, die nicht so schön sind, wo man sich nicht so wohl fühlt, wo man auch schon weiß, wenn man den Namen liest, okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Weil die vielleicht sehr penibel sind. Oder es gibt ja auch Leute, die immer einen bestimmten Ton hören wollen. Und wenn du da selber nicht ganz dahinter stehst, wird das immer ein bisschen mühselig. Also ich meine jetzt zum Beispiel, es gibt so die alten Hasen, bestimmte, die gerne diesen Synchronton wollen. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt darunter vorstellen kannst, unter einem Synchronton dieses ... Nee, nee. Was ich auf jeden Fall vermeiden wollte heute war, dich zu fragen, mach mal was. Ja, okay, okay. Aber jetzt finde ich es halt spannend. Ja. Wenn wir ein ... Weißt du noch, was dein erster Synchronsatz war? Ja. Ich weiß, dass du es weißt, aber ... Ja, weiß ich. Was war der erste? Er ist von dem Dach eines Schnapsladens gestürzt. Wunderbarer Satz. Ja. So, und jetzt, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, ich hoffe, das kann man auch als Beispiel so nehmen. Ja, kann man nehmen. Was wäre da so die klassische Synchrostimme, auf die die Leute dann Bock haben? Also was kannst du das einmal für uns ... Kann ich vormachen. Er ist von dem Dach eines Schnapsladens gestürzt. Da, 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 da. Würde ich jetzt erst mal so als diesen typischen Synchronton bezeichnen. Also immer relativ auch gleichbleibend. Ja, aber auch so ein bisschen von oben nach unten. Ein bisschen von oben nach unten. So ein bisschen von oben nach unten. Wow. Das erinnert mich auch ein bisschen an ... Ist das eine Werbung? Ich weiß genau, was du meinst. Und mir fallen gerade so hundert Dinge ein von McDonalds über die Deutsche Bahn, über wahrscheinlich irgendwelche Blockbuster oder so, wo das eins zu eins reinpasst. Es wird mit sehr viel Druck und immer von oben nach unten gesprochen. So ist das halt immer. Jetzt hast du mich. Es ist ... Es gibt eins, es gibt einen Slogan. Den können wir jetzt eins zu eins drauflegen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob du den nicht sogar auch gesprochen hast. Ich weiß es nicht, was du meinst. Ich überlege mal, aber vielleicht habt ihr da draußen eine Idee. Und wenn ihr draufgekommen seid, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, woher das eventuell kommen könnte. Und natürlich abonniert gerne, schreibt uns eine Bewertung. Wenn ihr möchtet. Und im allerbesten Fall ist sie natürlich positiv. So, jetzt haben wir den Standard-Synchro. Ja, genau. Jetzt muss man aber sagen, die Schwierigkeit ist ja jetzt, einen Ton zu finden, der nicht dem entspricht. Aber trotzdem, das wissen viele nicht, man muss ja beim Synchronen trotzdem ein bisschen ... Also es ist trotzdem ja auch eine Kunstsprache in gewisser Weise. Also man kann nicht einfach privat reinbrabbeln vor dem Mikro. Das würde nicht, es hätte keine Spannung, es würde nicht funktionieren. Das heißt, man muss so einen Mittelweg finden. Und den finde ich auch immer noch sehr, sehr schwierig, dass es natürlich bleibt und trotzdem professionell klingt. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, der Deputy bin und frage, Sir, was ist da heute passiert? Was würdest du sagen? Er ist vom Dach eines Schnapsladens gestürzt. Ja, genau. Das hört sich doch erstmal viel natürlicher an als das andere. Also natürlicher, aber auch jetzt nicht im Sinne von irgendwie besser. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst, ja. Und wie gefällt dir die Arbeit dann, oder wie arbeitest du dann, wenn jemand da eine genau starre Vorstellung davon hat und von dir genau diesen, den klassischen Synchro-Style haben will? Naja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder könnte ich sagen, ich möchte das nicht, ich würde das gerne anders probieren. Dann kann es sein, dass der Regisseur sagt, cool, probieren wir, machen wir anders, bietet es mir an. Aber das letzte Wort hat natürlich immer noch der Regisseur. Und ich finde das auch richtig, dass es diese Hierarchie gibt, weil es kann ja nicht jeder Sprecher seine eigenen Vorstellungen haben. Und es würde auch in dem Film nicht gut klingen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spreche in einem Film, wo alle diese, ich sag mal, Synchrontöne machen und ich bin der Einzige, der da irgendwie dazwischen irgendwie anders spricht, würde das in dem Film auch nicht gut funktionieren. Also könnte es auch sein, dass zum Beispiel meine Sprache zu flach klingt dann oder so. Deswegen ist es immer gut, dass der Regisseur noch das letzte Wort hat. Was ich irgendwie extrem schwierig fand oder andersrum, was ich erstmal interessant fand, bevor wir zum Schwierigen kommen, dass die Person, die man da manchmal spielt, ja auch optisch und irgendwie ganz charakterlich null mit dem zu tun hat, wer man selbst ist. Und das finde ich ist eine sehr, darin liegt eine riesige Magie, finde ich. Also ich habe ein, das kann ich ja kurz verraten, ich habe ein Native American, also Automechaniker gesprochen, aber ein riesengroßer indigener Mann, der Automechaniker ist. Wie hast du den gemacht? Mach mal vor. Ich glaube, mein erster Synchronaufschlag war das Wort. Ja. Also sind sie es, ich bin, weiß ich nicht, Staatsanwältin McKellen oder so. Ja. Und alleine dieser Take und ich habe wirklich versucht, mein Bestes zu geben und das nicht zu verkacken, aber allein schon für dieses, ja, du merkst noch, jetzt klingt es, ich habe es viermal gemacht, es hat viermal irgendwie anders geklungen, habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Anläufe gebraucht. Und das ist natürlich für jemanden, der sich damit nicht auskennt, fürchterlich schwer. Ja, aber sitzt du manchmal oder stehst du da auch manchmal da und denkst du, hm, also jetzt, wenn es keine Animationen sind, so, oh ja, irgendwie so ganz offensichtlich sind wir auch so zwei optisch völlig verschiedene Menschen und es klappt dann irgendwie trotzdem. Ja, 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 also ich habe zum Beispiel, ich weiß ganz genau, welche Figuren ich zum Beispiel nicht so gut sprechen kann oder noch nicht, wo ich vielleicht noch mehr dran arbeiten muss, wo meine Stimme einfach nicht grundsätzlich, zum Beispiel, ich kann immer sagen, so schwarze Rapper, zum Beispiel so, aus so einer, so eine Gang-Typen, die liegen meiner Stimme nicht, ich klinge sehr europäisch, bin eher so Nachrichtensprecher-mäßig, sowas kann ich immer ganz gut, das liegt mir und dann weiß ich ganz genau, an den anderen Sachen muss ich so diese Slang-mäßige, es klingt auch einfach immer, sowieso im Deutschen immer ein bisschen schwierig, immer dieses, yo, was los, was geht, Leute, immer dieses so, es ist immer so, ah, und da muss ich echt noch dran arbeiten, dass ich da in dem Studio nicht zu viele Versuche brauche und verzage, sondern da gleich loslegen kann und einen vielleicht vorgefertigten Ton dann auch habe, den ich sofort einsetzen kann, ist ja auch ein bisschen wie eine Palette dann manchmal. Jetzt ist es so, bei mir, ich bin, ich bin ja kein Schauspieler, ich bin so gesehen kein ausgebildeter Sprecher, obwohl ich vom Radio komme, dort auch moderiere und jetzt erklär mir mal bitte, für wen ist denn so Synchro ein geeigneter Beruf, also was muss ich denn da mitbringen, weil normalerweise sagen, Mensch, du bist ja beim Radio, hast du so eine, oder hier meine Frau Gerda hat gesagt, ich bin noch so eine kernige Berliner Typ, also gehen wir mal zum Synchronen, also ist da die Tür wirklich so weit offen für jeden? Es kommt auch drauf an, also ich glaube jetzt für den allgemeinen Synchronenberuf, also ist jetzt nicht jeder geeignet, der eine gute Stimme hat, so, weil das ist so viel, was man da, was die Leute nicht wissen, was man noch beachten muss, also zum Beispiel, eine Figur weint, ist in totaler Emotion, dann musst du das schauspielerische Talent haben, in dieses Weinen reinzukommen und gleichzeitig, aber auch in dem Rhythmus des Weinens von dem Originalschauspieler reinkommen, das ist eine richtig hohe Kunst, wenn du Synchronsprechen wirklich sehr gut machen willst und da kannst du nicht einfach jemanden nehmen, denn wenn einer eine gute Stimme hat, als Radiomoderator wird er vielleicht daran zerbrechen, an dieser Szene, weil das einfach zu schwierig ist, du musst als Schauspieler sowas schon mal gemacht haben, du musst wissen, wie du deine Gefühle da am besten anknüpfst, aber zum Beispiel würde ich jetzt sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, cool, ich würde jetzt gerne mal ein Buch einlesen, dann würde ich sagen, ja klar, auf jeden Fall, das könntest du sehr, sehr gut machen, weil wenn man in dieser Ebene bleibt, dass man etwas erzählerisch macht, kann es funktionieren, wenn jemand eine gute Stimme hat, dass man dem gerne zuhört und das dann funktioniert. Allerdings, sobald es in Spielen geht, muss man immer antesten. Aber ich würde nicht sagen, dass das unbedingt, also ich würde nicht sagen, dass unbedingt eine Schauspielschule zum Beispiel vonnöten ist, was ja auch manchmal so gesagt wird, auch in meinem Kollegenkreis, sagen sie, ja man muss unbedingt Schauspielschule und so, würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, es gibt sehr viele talentierte Leute, die da schon einen Bezug finden können, aber es ist auch sehr viel Arbeit. Und da vielleicht ein Punkt, wenn man dahingehend Ambitionen hat, wäre wahrscheinlich der erste Weg, aber zu einer Sprecherziehung zu gehen, finde ich, klingt fürchterlich martialisch, eine Sprecherziehung. Ja, das stimmt, ich mochte das früher auch nicht, aber ich muss sagen, die vier Jahre, die ich an der Ernst Busch hatte, ich habe im Nachhinein gemerkt, wie krass mir das geholfen hat und du hörst dich ja selbst auch anders, du merkst ja gar nicht, ich habe auch meine Undeutlichkeiten, also ich habe manchmal mit dem Essen eine Unsicherheit, ich nuschle auch manchmal tatsächlich, so und das habe ich aber alles durch die Sprecherziehung, kann ich das mit einem Schnips wegmachen und das ist einfach sehr, sehr cool und hat mir extrem geholfen, auch auf der Theaterbühne, so, weil gerade da musst du ja manchmal die Leute im letzten Rang erreichen und das schaffst du wirklich nur durch gute Sprecherziehung. Und die Sprache ist ja so gesehen dein Werkzeug, so wie wahrscheinlich Gärtnerinnen und Gärtner auch ihre Scheren, weil so ihr Arbeitswerkzeug, ihre Hecken scheren, irgendwie gucken, dass sie immer scharf sind, musst du halt natürlich auch bei deiner Stimme gucken, dass das genau rüberkommt, was du brauchst, um den Job zu erfüllen. Und natürlich glaube ich, dass ich jetzt schon seit ein paar Minuten die Leute aber auch fragen, ja wann stellst du denn endlich mal die Frage, woher man denn den Benno kennt? Also was hast du denn so synchronmäßig so gesprochen, um das Mysterium jetzt wahrscheinlich am Ende dieses Komplexes mal aufzulösen? Ja, also ich habe sehr viel Anime gesprochen, ich weiß nicht, ob die Leute To Love Rue kennen, das ist so eine, es gibt so eine Mischung aus, also es gibt Hentai und Edgy, für die Leute, die Anime kennen, die werden wissen, was es ist. Hentai ist erotisch, sage ich jetzt mal, es ist jetzt ganz plump meine Draufsicht, also ich bin jetzt auch kein Anime-Experte und Edgy ist mehr so, dass, ja, die Brust so halb zu sehen ist, aber nicht so ganz, das ist eher so ein bisschen attraktiv, erotisch so. Und da habe ich einen kleinen Jungen gesprochen, einen 15-jährigen Rito, der fast immer von Frauen vergewaltigt wird und sich, also die Japaner haben immer so lustige Ideen für diese Serien und den habe ich in diesen Staffeln gesprochen und diese Frauen kamen, waren aber keine echten Frauen, es waren Aliens natürlich, die in sein Schlafzimmer kommen. Dann habe ich bei Seven Deadly Sins spiele ich, spreche ich Gotha und den Dämonenkönig. Dann habe ich bei Far Cry 5 mitgesprochen, Assassin's Creed. Jetzt bei dem neuen Siedler-Teil, der jetzt rauskommt dieses Jahr, da bin ich eine Hauptfigur, Adrian heißt die. Und ja, Filme, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht alle so eingeprägt, genau, Filme, Serien, alles mögliche. Ist das aber eine Sache, wenn du Leuten, sag ich mal, du triffst irgendwen in einer Kneipe, so, ja Mensch, was machst du denn, ich bin so ein Kronensprecher, mach mal was. Kommt das häufiger vor? Ja, das kommt häufiger vor, aber ich kann es auch ehrlich gesagt verstehen, also ich würde ja auch, wenn ich so jemanden treffe, der so einen Beruf ausübt, würde mich das ja auch interessieren. Ich finde die Frage auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also wenn dann jemand, wenn ich dann sage, ich möchte das nicht machen und jemand sagt, nee, mach mal, das finde ich dann unhöflich. Aber diese Frage am Anfang zu stellen, ist doch total normal. Ich glaube übrigens, das ist so ein bisschen wie, wenn man einen Magier kennenlernen will. So ein bisschen erklären, was machst du, ich bin Zauberer, aber geil, sag mal was. Genau. Also das ist ja eine relativ erwartbare Sache und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man darauf nicht immer Bock hat, sein Können dann irgendwie so einer Theke aus dem Hut. Es kommt immer darauf an, wer fragt und wie gefragt wird. Also wenn das höflich gemacht wird, ist das doch total, macht es ja auch Spaß, das dann darüber zu erzählen. Ich mag ja meinen Beruf auch sehr gerne. Und deswegen hast du auch eine Art, nein doch, du hast ja ein eigenes Projekt gestartet, das Benno Project und hast quasi ja nichts anderes gemacht, aber du hast halt deutsche Leute synchronisiert, neu synchronisiert. Erklär uns mal bitte mal ganz kurz, bei manchen, bei denen das Licht noch nicht so aufgegangen ist, was machst du da? Ja, also Benno's Project ist ein YouTube-Kanal, den ich schon sehr lange habe. Der war eigentlich mal angedacht, dass ich da verschiedene Dinge mache. Also einfach zum Beispiel als Themenbereich Früchte, Obst kämpft gegen Gemüse, ASMR, für die Leute, die es nicht kennen, ist so Geräusche, die ganz nah am Mikro gemacht werden und für andere Leute orgasmische Gefühle. Kann man ja mal googeln, ASMR. Dann, dass ich Leute nachsynchronisiere. Das hat sich ehrlich gesagt auf meinem Kanal jetzt bisher am meisten durchgesetzt. Deswegen mache ich das jetzt auch gerade eher und es macht mir auch mega Spaß, dass ich halt anfange, dass ich eine Szene sehe im Fernsehen oder im Internet und denke, cool, der macht eine interessante Geste oder Mimik. Da könnte auch was anderes gesagt haben eigentlich. Und ganz ursprünglich ist das entstanden, weil ich, als ich als Synchronsprecher angefangen habe, das üben wollte. Und ich hatte die Szene von Casablanca hatte ich und habe einfach was draufgesprochen und mir aber irgendwas ausgedacht. Das wirkte dann auf einmal so lustig und da dachte ich, cool, da kann man ja eigentlich so eine ganze Reihe draus machen. Und ich kannte gar nicht diese anderen synchronen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Verarsche-Videos, die sonst gemacht werden. Also da gibt es ja dieses Lord of the Wheat, das habe ich dann auch gesehen. Aber das war zum Beispiel gar nicht so mein Geschmack. Also ich wollte eigentlich eher Leute, die etwas anderes erzählen und dadurch eine Komik entsteht. Vielleicht sogar das Gegenteil entsteht. Ich hatte zum Beispiel AfD-Leute, habe ich in den Mund gelegt, hey, wir freuen uns auf euch, ihr Flüchtlinge. Wir haben hier mit Fackeln, erwarten wir euch und so. Einfach, weil ich es witzig finde. Gar nicht jetzt unbedingt aus einem politischen Grund, sondern einfach, weil ich es witzig finde, dass Leute etwas Gegenteiliges sagen. Oder ist ja in dem Fall dann aber auch Satire. Also sobald du dich dann auf dieses Parkett auch der Politik bewegst und mit Absicht denen was in den Mund legst, was sie so wahrscheinlich niemals von sich sagen würden oder über ihre Partei oder wie auch immer, ist das Satire. Jetzt ist es aber nun mal so, gerade wenn man einen privaten Kanal hat, man wird nicht, es gibt keine so eine Art Firewall für Leute, die das nicht verstehen, was du da machst. Also denen, die nicht wissen, was Satire ist, die nicht wissen, was du jetzt damit sagen willst und was kommen da auch so für Kommentare, die du, an denen man, also ich will nicht sagen, an denen man so verzweifelt, wo man denkt, echt jetzt, Leute? Ja, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen ausholen, dann kann ich deine Frage noch besser beantworten, weil ich hatte ja jetzt während der Corona-Krise ist ja ein Video relativ viral gegangen, wo ich Christian Drosten synchronisiert hatte und er hat gesagt, er hat eigentlich nur einen kleinen Scherz beim Karneval machen wollen und plötzlich ist das, er wollte es dann noch aufklären, aber es ist dann nicht, er hatte dann keine Zeit dafür und so und dieses Video ist halt richtig viral gegangen. Und das habe ich aber gemacht, bevor es diese krasse Kritik an den Virologen hier in Deutschland gab und die Verschwörungstheorien auch im Internet Anlauf nahmen und hatte gar nicht damit gerechnet, dass dann plötzlich so viele Leute unter meinem Video dann auch aus Kreisen kamen, wo ich es nicht erwartet hätte. Also wo ich einfach dachte, hey, ich habe einfach ein Video gemacht, das ist witzig, weil gerade die Situation auf der Welt gerade auch, obwohl sie so ernst ist, mit einem Augenzwinkern mal betrachtet werden könnte. Und da haben halt Leute dann auch drunter geschrieben, wo ich dachte, die haben das einfach falsch verstanden. Also die haben das als krasse Kritik gesehen an ihn zum Beispiel und das habe ich dann zum Beispiel gar nicht verstanden. Was sind das für Leute, aus welchem Lager sind die jetzt gekommen? Unterschiedlich, also ganz unterschiedlich wirklich. Also es gibt so ganz hartgesottene, die eher so aus dem Reichsbürger-Ding kommen, die sind aber wirklich sehr, sehr selten auf meinem Kanal. Die schreiben aber auch manchmal, weil sie denken, ich spreche Themen an, die sie mag. Ich muss auch dazu sagen, ich merke das zum Beispiel bei der Heute Show und beim Postillon, merke ich, dass sie auch ganz oft falsch verstanden werden und dann irgendwie von anderen Leuten in bestimmte politische Richtungen gedrückt werden. Ah, die meinen das so und da, da, da. Und da wird das gar nicht verstanden als witziges Video einfach nur. Aber was schreiben die da? Zum Beispiel schreiben sie, ich kann jetzt mal einfach mal die härtesten Sachen sagen, damit man weiß, aber das ist wirklich selten. Also es gibt so, ja, schön, dass du diese Massenmörder verarschst, zum Beispiel. Dann, ja, der Spahn ist schwul, der muss mal ein paar schwulen Witze machen oder sowas. Was ich ja einfach unterirdisch finde, wo ich dann denke, so, ey Leute, es geht hier überhaupt gar nicht darum, dass man einen Menschen so entmenschlicht durch eure Kommentare und das habe ich auch überhaupt nicht gemacht in meinem Video. Ich habe auch, auch wenn ich diese Menschen, die ich da parodiere, kritisch sehe, heißt das nicht, dass man da so in der Art und Weise kommentieren sollte. Jetzt bist du ja so ein bisschen aber auch dafür verantwortlich und Leute, die auch einen eigenen Kanal irgendwo haben, der ein bisschen am Wachsen ist, werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, stimmt. Du hast ja eine Verantwortung für das, was darauf passiert. Nicht nur, was du zeigst, sondern auch, Stichwort Community Management, was in den Kommentaren los ist. Wie aktiv bist du da? Also löscht du, antwortest du auf Kommentare? Wie gehst du damit um? Also ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig mit dem Löschknopf. Gerade deshalb, weil ich möchte den Leuten kein Futter geben. Also wenn es sowas ist, sowas Unterirdisches wie, der muss mal ein Arsch gepiepst werden, dann lösche ich das schon weg. Wenn es aber nur eine politische Meinung ist, lasse ich es natürlich erstmal drauf. Ich versuche es eher auf dem Weg, dass ich denen kein Futter gebe. Dass ich die Videos eher so mache, dass da eben keine Verschwörungstheorien untermauert werden oder so. Oder ich finde das ja auch gar nicht schlimm, wenn man eine andere Meinung hat und da anders drüber nachdenkt. Aber dieses, finde ich wirklich, in dieser Krise hat sich das so krass gezeigt, zeigt, wie schwer manche Leute, glaube ich, in dieser Zeit umgehen können mit der Situation und dann so krasse Gedanken entwickeln und sich da auch so reinsteigern. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich mich sehr viel auch in alternativen Medien bewege. Ich gucke auch sehr viel alternative Nachrichten. Und ich kenne auch sehr viel von diesen Geschichten, die da erzählt werden. Und ich höre mir das auch an. Und ich finde es auch total gut, dass man das alles kritisch beleuchtet. Genau. Und deswegen glaube ich auch, dass ich sehr gut kritisch zurückschauen kann und sagen kann, nee, ich glaube das eben nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass das jetzt so ist und so. Weil das hat mir gerade irgendein junger YouTuber erzählt, der kein Virologe ist und der vielleicht gut reden kann und auch charismatisch ist. Aber deshalb dann so festgefahren zu sein und diese Menschen dann so zu hassen in der Politik, verstehe ich gar nicht. Und deswegen versuche ich dann durch diese Videos dann wirklich nur mit Humor zu füttern und nicht mit politischen Meinungen. War das auch so ein bisschen so ein Corona-Projekt von dir? Also weil wahrscheinlich hat dich ja Covid-19 auch arbeitstechnisch genauso überrannt wie viele oder eigentlich fast alle in der Kreativbranche. Ich muss dazu sagen, dass mich die Corona-Krise nicht so schwer getroffen hat, da ich das Studio bei mir zu Hause hatte in meinem Wohnzimmer und tatsächlich sehr viele Kunden eher zu mir kamen und gesagt haben, hey, die Studios nehmen gerade nicht auf, kannst du das und das machen? Und ich kann nicht behaupten, dass mir es jetzt wirklich sehr schlecht ging in der Krise. Viele Kollegen von mir, denen ging es viel schlechter, haben auch viel größere finanzielle Probleme dann dadurch gehabt. Und ich habe aber auch ganz viel mich mit Dingen beschäftigt, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe. Ich habe zum Beispiel sehr viel an mir gearbeitet, sei es jetzt zum Beispiel als Künstler. Ich habe angefangen, mehr Instrumente zu üben. Ich habe Gitarre richtig jeden Tag geübt, habe viel mehr Sport für mich gemacht und habe in dieser Krise tatsächlich eher rückwirkend positive Dinge für mich, ich rede jetzt wirklich nur von mir, nicht von meinen Kollegen, daraus ziehen können. Auch zum Beispiel, wann stehe ich auf, wie möchte ich mein Leben gestalten, wie möchte ich weiterhin arbeiten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Krise mir dazu verholfen hat, jetzt mein Leben anders zu führen. Das heißt also mit mehr, weiß ich nicht, mit mehr Selbstoptimierung? Ja, Selbstoptimierung, auch Selbstbestimmung, dass ich zum Beispiel jetzt auch mit meinem Kanal, da kann ich mich wirklich ganz kreativ entfalten und das machen, wozu ich Lust habe. Und ja, einfach das machen, was vorher nicht so ganz möglich war, weil ich immer unter jemandem gearbeitet habe. Das ist aber so ganz mein eigenes Projekt und das ist total schön. Und ich merke, das macht mich glücklich. Ich glaube, dass viele Leute, die jetzt auch in dieser Krise waren oder noch sind, wirklich mal gucken müssen, was fasziniert sie im Leben oder was könnte sie faszinieren, sodass sie etwas finden, was, jemand meinte zu mir, das wäre ein bisschen arrogant von mir, das zu sagen, weil ich jetzt zum Beispiel in einer anderen Situation war. Aber ich glaube tatsächlich, dass man es schaffen kann, durch Kultur und Kunst ein besseres Gefühl zu haben, also im Leben. Jetzt ist es ja so, dein YouTube-Kanal hat ja in relativ kurzer Zeit relativ großen Anklang gefunden. Ich glaube, du stehst jetzt fünfständig, Abonnement zahlen. Ich glaube, 16.200 oder so. Und du hast vor wann angefangen? Also ganz angefangen hatte ich ja 2015, aber es blieb immer gleichbleibend bei 1.000 Abonnenten oder so. Und erst ab Mai ging es so los und dann sind es auf einmal 16.000. Dann sind die Videos aber auch regelmäßiger geworden. Genau, die sind regelmäßiger geworden. Ich habe alle zwei Wochen eins rausgebracht und dadurch ist es dann wahrscheinlich auch gestiegen. Hast du dahingehend irgendwie auch Ambitionen zu sagen, ey, wow, YouTube, ein Feld, wo ich jetzt mich komplett frei ausleben kann, wo ich mein eigener Content-Chef bin, auch irgendwie lukrativ für mich? Weil YouTube ist mittlerweile ja eine Plattform, wo du unfassbar viel Schütte verdienen kannst und quasi deinen eigenen TV-Sender oder deinen eigenen Content-Sender ja aufstellen kannst, wie du darauf Bock hast. Wäre das für dich auch eine Sache, wo du sagst, Full-Time, kein Stress? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Es ist natürlich eine Frage mit der Schütte, weil ich kann zum Beispiel meinen Kanal nicht monetarisieren, einfach weil YouTube mir das nicht gestattet. Ich hatte das mal probiert und da hat YouTube gesagt, nee, du verwendest Material, was nicht dir gehört. Ich glaube allerdings, dass YouTube sich das nicht genau angeschaut hat. Ich glaube, die haben einfach gedacht, ich habe, keine Ahnung, die Bundespressekonferenz, so wie sie ist, einfach nochmal hochgeladen, was ja gar nicht der Fall ist. Es ist ja ein neues Kunstwerk in dem Sinne, wenn man diese Komponenten zusammentut und einen neuen Ton draufpackt und zusammenschneidet, dann ist es ja ein satirisches Werk und müsste eigentlich als neues Werk erachtet werden. Aber es ist sehr schwierig, mit YouTube mal Kontakt aufzunehmen. Also du kriegst da keinen, mit dem du mal eine E-Mail schreiben kannst oder so. Ja, aber ich bin aber so gesehen ja auch kein Medienrechtler, wäre aber auch meine Anschlussfrage. Nämlich war, das sind ja, ich weiß ja nicht, wer solche Geschichten halt häufig streamt. Das ist Phoenix, die ARD oder es ist Welt oder es ist NTV oder you name it, ist ja egal. Aber irgendwer hat ja da Leute hingeschickt und hat, das ist ja deren Produkt, dass du das am Ende natürlich verfälschst oder verfälschst, du machst ein neues Produkt raus, aber das Grundgerüst ist ja quasi Eigentum einer Sendeanstalt. Ja, wobei ich glaube, die Bundespressekonferenz ist tatsächlich für die Öffentlichkeit so, ich glaube, die haben da jetzt keine direkten Bearbeitungsrechte. Also es wäre jetzt natürlich so, wenn ich einen Kinofilm nehme, der gerade jetzt rauskommt und ich sage, den synchronisiere ich neu, dann wäre es natürlich nicht möglich, weil ich die Bearbeitungsrechte nicht habe. Und ich achte natürlich auch sehr darauf, dass ich kein neues, aktuelles Material aus irgendwelchen Filmen nehme, sondern wenn ich Filme zum Beispiel verwende, dann sind die eher in schwarz-weiß oder ein bisschen älter. Genau, da achte ich schon drauf. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung, stimmt schon. Und da bin ich auch immer noch am Gucken, wie weit ich da gehen kann, tatsächlich. Es ist ein richtig verzwicktes Feld. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir aus dem Stehgreif-YouTube-Gamer-Bildrechte genau so erklären konnte, dass ich es verstehen konnte, warum dürfen manche Leute das machen, warum dürfen manche Leute das machen. Ich habe auch mit einem Anwalt darüber gesprochen, der hat auch gesagt, er kann mir das erst sagen, nachdem eine Anzeige kommt. Der kann das nicht im Vorhinein sagen und das finde ich auch unmöglich, weil ich finde, das muss möglich sein, ein satirisches Werk zu machen oder etwas, was gerade im Zeitgeschehen ist, auf diese Art und Weise zu kommentieren. Weil was anderes ist es ja nicht. Nachrichten zeigen ja auch etwas und kommentieren es. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das so schwierig ist. Also ich verstehe es total, wie gesagt, bei aktuellem Material, aber da bei anderen Sachen verstehe ich es nicht. Es ist ja aber natürlich, um mal bei dem Thema zu bleiben, relativ, dann bleibt es ja politisch. Also jetzt gerade bei, in der Corona-Krise, Christian Drosten, Virologe, irgendwie ungewollt natürlich Superstar geworden irgendwo. Dann macht es natürlich auch Sinn, reichweitentechnisch sich aktuell auf ein Thema zu setzen, was ja jeden betrifft. Jeder kennt jetzt Christian Drosten, hätte das vor anderthalb Jahren gemacht, hätte den auch keiner irgendwie lustig gefunden, weil keiner hätte gewusst, wer das überhaupt ist. So. Es wird aber irgendwann ja auch weitergehen. Und was, wie tarierst du dann dein Thema aus? Naja, also ich habe ja auch schon davor andere Leute nachsynchronisiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Christian Drosten jetzt nur, es soll jetzt kein Drosten-Kanal werden. Es ist allerdings auch so, dass ich selbst finde, dass diese Figur sehr gut funktioniert. Sie ist gar nicht jetzt, weil er jetzt der Chef-Virologe ist, sondern einfach, weil er als Typ super gut passt. Und mir geht auch langsam ein bisschen das Material aus, muss ich sagen, weil er hat nur eine Bundespressekonferenz gegeben. Und da schöpfe ich eigentlich immer die Sachen. Und ich habe überlegt, wie ich das in Zukunft mache. Ich werde mich da ein bisschen überraschen lassen, was da auf mich zukommt. Es könnte sein, dass Klaus später auch andere Dinge kommentiert, wenn es gar nicht mehr um Corona geht, was ich auch recht witzig fände. Aber vielleicht dann viel später. Ich will nicht, dass er die durchgängige Hauptfigur bleibt. Also ich werde immer wieder mal andere Dinge auch reinnehmen. Nur momentan kommen mir da gerade die meisten Ideen und es funktioniert am besten. Deswegen benutze ich ihn gerade noch. Das heißt, nächstes Jahr sollte es dann eine Europameisterschaft geben, wäre das eventuell auch mal ein Thema. Genau, es könnte auch sein, dass, weiß ich nicht, beim Fußballspiel oder so, dann die Fußballer miteinander etwas besprechen. Jetzt frage ich mich allerdings, bei dem ganzen Haufen von Sachen, den du machst, wie schaffst du es auch kreative Täler mal zu überbrücken? Weißt du, wenn du dann weißt, okay, ich bin wieder dran, jetzt muss wieder ein Video hochkommen, aber irgendwie mir, keine Ahnung, Alter, mir fällt irgendwie nichts ein, was ich da jetzt machen kann. Wie überbrückst du sowas? Also quasi Autoren würden vielleicht sagen, eine Schreibblockade, wie überwindest du die? Also es ist tatsächlich so, dass ich das öfter habe, dass es sehr mühsam wird. Und ich denke, ich habe zwar eine Idee, aber ich weiß gerade nicht genau, wie setze ich sie um. Oder ich habe keine Idee, ich brauche eine Idee, dann denke ich ganz viel darüber nach. Ich habe allerdings auch zwei Leute, die mir dabei helfen, Franziska Koropka und Lukas Nimschek heißen die. Die sind auch, also er ist Sänger und sie ist auch Musical-Darstellerin. Und denen gebe ich zum Beispiel immer zwischen Etappen von meinen Arbeiten. Also wenn ich etwas aufgenommen habe, zeige ich denen, hey, versteht man das, ist das witzig? Und die sind immer sehr, sehr gut und sehr präzise und geben mir ganz oft dann nochmal so einen kleinen Anstoß. Also wenn ich zum Beispiel nicht weiter weiß. Und es ist immer sehr gut, in Kontakt mit jemandem zu sein und darüber zu sprechen. Ich könnte mir jetzt aber auch nicht vorstellen, mich mit denen an einen Tisch zu setzen und mit denen das gemeinsam zu machen. Ich finde es sehr gut, dass die Arbeit so läuft, dass ich immer zwischen Etappen denen geben kann und sie mir dann Feedback geben. Und durch dieses Feedback schaffe ich es eigentlich immer, in einem guten Drive zu bleiben. Also ich glaube, die Videos hätten nicht die Qualität ohne diese beiden. Die haben auch übrigens, würde ich jetzt gerne mal sagen, weil die haben in der Corona-Krise auch ein Video gemacht. Das heißt systemrelevant, könnt ihr mal auf YouTube schauen. Und haben da im Grunde in der Krise auch das Beste dann draus gemacht, indem sie einfach ihre Talente benutzen. Aber liest du zum Beispiel extrem viel, also über Tageszeitungen, Wochenzeitungen, irgendwelche Websites, die du immer wieder anbrowst? Oder wo holst du dir diesen Input? Also die Sachen, die ich da synchronisiere, schaue ich tatsächlich selbst auch. Also es ist so, dass ich die vorher gucke und dann merke ich sofort, oh, das war jetzt gerade ein interessanter Blick, eine interessante Geste. Das schneide ich mir gleich mal raus. Und dann, genau, gucke ich mir das stumm an. Und wenn ich es mir dann stumm angeschaut habe, kommen mir oft schon die Texte. So, das ist ähnlich wie bei meiner Puppe, wo ich nicht ohne die Puppe die Texte schreiben kann. Ich muss dieses so stumm sehen und dann fällt mir das ein. Dann habe ich mehrere Varianten und schmeiße auch ganz viel wieder weg. Und dann bleibt am Ende, oft noch so wie bei einem gemalten Bild, könnte ich eigentlich immer noch weiter daran arbeiten. Ich könnte immer wieder dann, ah, der Text wäre besser, wenn ich es so mache und wieder rausnehme. Aber es bleibt ja dann auch nicht immer ewig Zeit. Aber die Sachen, die ich da synchronisiere, die gucke ich vorher auch. Und in dem Sinne bin ich dann auch immer sehr im Bilde über die Dinge, über die da gesprochen wird. Genau, aber dann bist du ja, wie gesagt, halt genau in dem Thema drin, was die Leute ja eh besprechen. Ich glaube aber, dass das Lustige und das Satirische häufig ja auch mal dazu kommt, dass jemand wie Christian Drosten, der nämlich was ganz anderes sagt, was so gar nicht so Christian-Drosten-like ist und vielleicht auch komplett off-topic, dass der Virologe dann über den Körner Karneval spricht beispielsweise. Also wie holst du dir das ran? Ich habe, glaube ich, so die Draufsicht auf diese Videos, als wären sie in einer anderen Dimension. Also als würde das, was sie da sagen, sagen sie ja nicht in Wirklichkeit. Aber es ist auch nicht immer nur das Gegenteil. Es ist einfach eine andere schräge Welt, in der die leben. Und dadurch kommen mir dann auch diese Ideen für diese Texte. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich zum Beispiel die Stimmen entwickle für die Figuren, ist das auch nicht immer so, dass ich versuche, sie nachzumachen, wie sie im Original klingen, sondern wie sie vielleicht in dieser Welt dann plötzlich klingen. Also ich hatte das beim Laschet, der fiel mir total schwer, für den eine Stimme zu finden, weil ich einfach nicht das Volumen habe und ich kann den nicht nachmachen. Ich habe alles versucht, ich klinge nicht so und dann habe ich gedacht, warum versuche ich den überhaupt nachzumachen? Warum kann ich nicht einfach, das ist doch mein Kanal. Ich bin doch kein Stimme-Imitator, ich kann doch hier machen, was ich will. Ich habe gesagt, nee, okay, der klingt halt jetzt völlig anders und bei dem kommen immer irgendwelche komischen, schrägen Musikinstrumente, während er spricht. So, und es hat dann total funktioniert. Und plötzlich entwickelt sich dann der Kanal auch so ein bisschen wie so ein eigenes Kunstwerk. Also gar nicht wie etwas, was man vorher schon kennt, was ich total schön finde, wenn man da so offen bleibt. Du hast jetzt zwei Leute gerade angesprochen, die sind so ein bisschen dein Korrektiv, so deine Sparrings-Partner, auf dem Weg zum fertigen Produkt, wenn ich jetzt solche Leute jetzt erstmal nicht habe. Was wäre so ein, vielleicht ein Tipp, um kreativ weiter irgendwie am Ball zu bleiben, wenn man eine Schreibblockade hat, wenn man gerade irgendwie nicht lustig ist, wenn man gerade einfach nicht irgendwie, wenn das Sichtfeld so für sich erstmal für sich genommen sich anfühlt, als wäre das sehr, sehr verhengt. Hast du da einen Tipp? Ja, also meistens liegt es daran, weil man Darlings hat, die man nicht killt und weil man etwas Unlogisches bisher gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel in einer bestimmten Arbeitsetappe ist, kommt man manchmal nicht weiter, weil es nicht logisch aufgebaut ist oder weil man an etwas festhält, was man eigentlich schon längst kicken könnte. Dann hilft es meiner Meinung nach, also so ist das, wie ich das mache, das kann jeder auch anders machen natürlich, dass ich dann tatsächlich an die frische Luft gehe. Ich gehe joggen und lege es manchmal sogar richtig weg. Also ich denke darüber gar nicht nach und mache was völlig anderes, weil es ist schon schwierig, wenn man sich so dran verbeißt, dass man, da kommt man dann ganz oft nicht weiter oder es wird etwas noch viel Schlechteres, was man dann macht. Dein YouTube-Kanal hat einen riesengroßen Vorteil gegenüber deinem jetzigen Hauptberuf, nämlich dass die Komik, also dem Synchron meine ich jetzt, die Komik, die du der Sache einhauchst, die kommt ja hundertprozentig von dir. Und da sitzt niemand, der sagt, ich möchte das bitte so, jetzt sprich das bitte in der Stimme und nochmal ein bisschen deutlicher so. Es ist aber, wenn die Technologie weiter so schnell auf dem Vormarsch ist, halte ich es persönlich ja für nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann vielleicht gar keine Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher mehr brauchen, weil das einen Algorithmus, eine KI entwickelt. Das ist wie, wenn man wahrscheinlich in einem riesen fetten Produzentenstudio sitzt und dann irgendwelche Beats baut. Du kannst ja ein ganzes Orchester, du brauchst nicht einen einzigen Live-Musiker mehr, um jeden Ton der Welt erzeugen zu können. Warum sollte das zum Beispiel Stimme anders sein? Wie denkst du darüber? Also ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das irgendwann so sein wird, dass du wie aus einem Baukasten dir eine Stimme bauen kannst. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das nicht mehr so erleben werde, weil es schon wirklich sehr schwierig ist, zum Beispiel für ein Hörspiel wirklich viel Emotionen mit der Stimme darzustellen. Allerdings, wenn es so weit kommen würde, ja, dann ist das halt so. Dann muss man damit umgehen und dann würde ich, also falls das noch in meinem Leben passiert, würde ich auch was anderes dann finden, was mir Spaß macht und was funktioniert. Also ich würde ja trotzdem meinen Channel weitermachen können. Selbst wenn es diese Roboter-Stimmen geht, dann kann ich halt wahrscheinlich nicht mehr so ausgiebig als Synchronsprecher arbeiten, weil die dann diese Computer-Stimmen nehmen. Aber ja, dann ist das so. Also ich wäre jetzt auch nicht jemand, der dann, keine Ahnung, auf die Straße geht und protestiert, wenn sowas passiert. Das ist halt Lauf der Dinge. Also es wird halt moderner. Aber kannst du dir vorstellen, dass es denn auch so eine Art analoge Gegenbewegung gibt? Also dass es dann zum Beispiel auch wieder so Vintage-Hipster-mäßig ist, weil es so alle wieder voll auf Handpuppen abfahren. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es passieren wird. Weil es ist ja in der Vergangenheit auch immer wieder passiert. Also dieses Beispiel, was jeder kennt mit dem Zugfahren damals, als es die erste Lokomotive fuhr und die Leute meinten, ja, da stirbt man, weil man da zu schnell fährt und da bleibt einem die Luft weg oder irgendwas. Oder die Leute wollten sich im Auto nicht anschnallen, weil sie meinten, ja, das engt einen ein, das ist unsere Freiheit, das beschränkt und so. Es gibt ja immer am Anfang bei sowas da eine Gegenbewegung. Und ja, also in gewisser Weise finde ich es auch schön, weil ich finde zum Beispiel Trickfilme, fand ich als Kind schöner, wie sie waren. Ich mag dieses 3D und es ist alles perfekt. Das catcht mich irgendwie nicht. Und ich mag diese zum Beispiel alte, tschechische, gemalte Sachen, finde ich viel, 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 viel schöner. Und deswegen ist es auch immer gut, dass es so etwas, wo man in die Vergangenheit schaut und das genießt und schön findet. Jetzt denke ich mir halt, also stellen wir uns das jetzt mal so vor. Okay, irgendwann wird eine KI relativ, naja, irgendwie Synchronsprecherin, Synchronsprecher, Synchronsprecher, eigentlich wird das das alles obsolet machen. Weil kommt aus der Büchse und das kann jeden Ton, jede Stimmlage der Welt, in jeder Emotion genauso spielen, wie man es gerne hätte. Vorteil, man muss keine Leute bezahlen und man kriegt auf jeden Fall das, was man will. Jetzt gehen wir aber, wie gesagt, sind nochmal zu der Puppe zurück. Wie lange, glaubst du, kannst du mit Hermann noch leben? Also hat sich auch irgendwann so ein Hermann als Figur, als Puppe auserzählt? Oder, also denkst du da schon dran, da vielleicht irgendwie auch was Neues zu entwickeln, jemanden dazu zu holen? Oder ist das wie dein Patronus? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das nicht auserzählt. Aber ich glaube, dass zum Beispiel für so ein ganzes Programm, also wenn jetzt jemand sagt, mach mal bitte zwei Stunden ein Programm mit Hermann, glaube ich, dass das einfach theatertechnisch nicht trägt. Ich glaube, der Zuschauer braucht Abwechslung dann und selbst egal, wie gut ich diese Puppe spiele und wie lustig die ist, das wird zwei Stunden schwierig werden. Und deshalb glaube ich, dass man da dann schon etwas finden muss, wo man was dazu tut. Also zu Hermann, also vielleicht eine weitere Puppe oder ein anderes Element oder mit Musik arbeitet oder so. Aber warte mal, es gibt doch einen, ich komme auf den Verrecken gerade nicht auf den Namen, einen Comedian, der auch mal in der Puppe auftritt. Michael Hatzius? Die Echse? Danke, genau. Sascha Grammel. Genau, Sascha Grammel ist ja wahrscheinlich ... Ein Bauchredner, genau. Ist ein Bauchredner, hat eine Puppe, so glaubst du auch eine gute Puppennummer. Ja, ist auch, sag ich jetzt mal, arenafähig? Oder wird das immer so ein bisschen so nischig und spartig, weißt du, so nach? Keiner, gut, auch aus Tierschutzgründen und so, wird auch keiner mehr mit weißen Tigern auftreten. Ja, Siegfried und Roy. Und keiner wird jetzt mehr mit einer Puppe in so einem großen Stil wie Sascha Grammel jetzt da durchstarten. Denkst du, guckst du auch manchmal so in dieses Fähne und denkst, ach, wäre irgendwie auch geil. Ja, wäre schon geil. Aber wie gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, dass Sascha Grammel mit seiner Schildkröte zum Beispiel zwei Stunden in einer Arena spielen könnte. Nur mit der Schildkröte, meine ich jetzt. Ich kenne das Programm tatsächlich zu wenig, um zu wissen, ob er da noch um die andere Spur startet. Also ich finde es auf jeden Fall einen Riesendruck, wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, ich müsste mit Hermann da zwei Stunden bestreiten und es wäre eine Arena, dann müsste man schon wirklich, weil das ist ja, muss man sich vorstellen, wie so eine Theateraufführung. Du musst ja die Leute am Ball behalten, musst eine Dramaturgie haben, dass es spannend bleibt, dass die Leute lachen, dann wieder vielleicht ein bisschen traurig sind und dass du es ein bisschen ruhiger hast, ein bisschen lauter. So funktioniert der Theater. Wenn du halt das immer einförmig machst, wird es schwierig. Tja, Benno und sonst so? Tja, sonst so ist eigentlich alles ganz fit bei mir. Ich interessiere mich sehr für Musik noch, so nebenbei. Also ich habe diese, überhaupt Instrumente faszinieren mich total. Also ich habe mir diese Gitarre, Klavier, diese Instrumente, eine Ukulele zugelegt und liebe das immer, jedes Jahr mir was vorzunehmen, dass ich eine neue Sache lerne. Und letztes Jahr war es zum Beispiel Ukulele und habe mich nur mit der Ukulele beschäftigt und Ukulelenakkorde geübt und es hat mich sehr glücklich gemacht. Was war es dieses Jahr? Dieses Jahr war es Einradfahren und Einradfahren ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Hätte ich nicht gedacht. Wann nimmst du dir das immer vor? Ist das so wie Silvester, dann 1.1. und dann weißt du schon genau, was für das Jahr ansteht? Nee, es kommt eher immer durch einen Grund, also wenn irgendwas ansteht. Also zum Beispiel Schweißen habe ich auch einmal eine Ausbildung gemacht, eine Schweißerausbildung, weil ich wollte mein Auto selbst reparieren. Ich fand das halt, weil es war so teuer, die Reparatur, dass ich dachte, krass, das ganze Geld könnte ich auch für eine Schweißerausbildung ausgeben. Und dann habe ich tatsächlich eine Schweißerausbildung gemacht, wo ganz andere Leute drin waren, mit denen ich sonst nie zu tun hätte. Und das fand ich so faszinierend und ich bin auch immer noch mit Leuten aus dieser Schweißerausbildung befreundet. Und jetzt kann ich auch jedem nur raten, mal etwas zu machen, was völlig von dem fernab ist, was man sonst macht. Und genau, in dieser Schweißerausbildung habe ich das dann gelernt und fand das dann ziemlich spannend, wie schnell man was lernen kann, wo man gar nicht denkt, dass man da ein Talent für hat. Und jetzt ganz kurz, wo war so der Punkt, dass du dann gesagt hast, boah, ey, es wäre richtig geil, wenn ich jetzt ein Rad fahren könnte. Ja, das war eher so, weil ein Theater mich auch angefragt hatte, ja, würdest du nicht, könntest du nicht mit einem Einrad auftreten und so. Und ich habe mir dann so voll den Kopf gemacht, weil ich dachte so, ja, okay, das mache ich jetzt und so. Und ich habe mir dann ein Einrad gekauft und ich dachte eigentlich, dass ich so eine Woche dafür brauche, weil es wird immer gesagt, ja, ein Einrad schaffst du so in einer Woche und so. Aber das gilt halt für kleine Mädchen, die schaffen das in einer Woche. Wenn du als erwachsener Mensch das probierst, ich frage mich auch, wie der erste Mensch, der auf ein Einrad gestiegen ist, wie der davon überzeugt war, dass das klappt. Weil wenn du auf ein Einrad steigst, du kippst einfach um und denkst, das klappt niemals. Und bis ich dann das erste Mal mal so ein bisschen fahren konnte, das war schon so echt ein krasses Gefühl, auch nur so an der Wand lang so. Und dann nach so einem Monat hat das dann geklappt. Dann konnte ich fahren und dann kam mir noch hinzu, dass ich auch den Aufstieg noch lernen wollte. Und der Aufstieg ist auch nochmal eine Sache für sich, den dann zu lernen. Genau. Und es kommt immer durch eine Sache, die ich gerade angeboten bekomme oder so. Dadurch entwickelt sich das dann, dass ich dann das lerne. Ja, ja. Also eine, vielleicht darf ich das auch als einen kleinen Aufruf verstehen an die Hörerinnen und Hörern. Also vielleicht auch mal sich selbst, auch im Sinne der Selbstoptimierung, haben wir ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, sich im Jahr eine Sache vorzunehmen. Ja. Also wie ich das vorhin schon umständlich versucht habe zu erklären, es ist halt sehr wichtig, dass man zu seinem Glück findet. Und zu seinem Glück findet man manchmal auch nur, wenn man so nach mit neuen Dingen sich beschäftigt und etwas sucht. Und dann ist man manchmal erstaunt, wie gut man etwas kann in kurzer Zeit. Ich glaube jetzt auch in dieser Krise zum Beispiel, gibt es viele Möglichkeiten, die nicht unbedingt mit dem Finanziellen zu tun haben. Also wie man finanziell steht, dass man Kurse macht, Workshops. Es gibt sehr viele Angebote, die man nutzen kann. Und ja, es ist gut für die Seele und für den Körper, sich da weiterzubilden. Ihr habt es gehört. Und an dieser Stelle möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Abonniert gerne unseren Comacon-Podcast. Ihr findet uns auf eigentlich jedem Podcatcher, den es gibt. Und wenn es die Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel bei Apple Podcast, eine Bewertung zu hinterlassen, macht das doch gleich auch, wenn ihr da Lust drauf habt. Ansonsten hören wir uns auch da, wenn ihr Bock habt, nächste Woche wieder. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Benno Lehmann. Es war ein nettes Gespräch. Und ich glaube, da konnte man viel von mitnehmen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Tschüss.